Übrigens Leute, zum Gnuschen Geburtstag gibt es was ganz Feines für euch, denn wir haben jetzt Pride-Merch. Zu jeder Bestellung gibt es eine handsignierte Autogrammkarte und neue Sticker. 40% der Shop-Einnahmen werden an The Travel Project gespendet. Falls du darüber mehr wissen willst, check gerne unten die Beschreibung ab. Und jetzt viel Spaß mit meinem Merch. Denn die Welt ist ein Regenbogen. Kauf mein Shop leer. Willkommen zu einem neuen Video und erst einmal Happy Pride-Band von alle. Wir spielen heute Happy Wheels. Euch hat ja letztes Mal Life is Short sehr gut gefallen. Beziehungsweise Short Live. Und deswegen dachte ich mir, setzen wir heute einen oben drauf. Und zwar sind wir diesmal nicht zu Fuß unterwegs. Und wir sind nicht allein. Wir haben noch unseren Sohn hinten auf dem Sattel. Und der muss sicher zur Schule kommen, Leute. Deswegen müssen wir aufpassen, dass nichts passiert. Viel Verantwortung für mich. Viel Croissant für euch. Und die Community sagt euch übrigens heute auch wieder Hallo, weil sie auch wieder dabei ist. Damit die Community nicht gleich wieder ausrastet, habe ich hier ein Croissant für euch. Und zwar ist die Füllung heute Angst. Schweiß. Denn ich habe Angst, dass ich wieder elendig versagen werde. Und das Spiel soll nämlich deutlich schwerer sein als Short Live. Okay, die Community hat sich gerade entschieden. Sie wollen alle eindeutig, dass ich das Kind mitnehme. Ihr kleinen Sadisten da draußen. Also Level Nummer 1, Leute. Los geht's. Okay. Ist gerade so ein bisschen Tutorial-mäßig. Das heißt, bei dem Spiel kann ich nicht wie mit dem anderen mit WASD laufen, sondern... Was kann ich denn hier machen? Ah, hier kann ich flippen. Sondern ich kann hier quasi mit Tastendruck vorangehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein! Ah! Timmy! Timmy! Äh, oh Gott, was mache ich denn? Hilfe, Timmy! Oh je, oh je, oh je. Das ist ja voll schwer. Oh Gott! Oh Gott, Timmy, dein Genick. Oh Gott, ist das schwer. Oh Gott! Okay, komm, wir rollen uns einfach. Keep rolling. Komm, Timmy! Wir schaffen das, Timmy! Hahaha! Timmy! Oh nein, Timmy! Oh mein Gott. Ach so, muss ich jetzt wieder alles von vorn machen. Holy shit. Ey, das ist ja mega geisteskrank. Timmy, lebt noch! Timmy, lebt noch! Oh mein Gott, Timmy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Oh nein, Timmy, mein Kopf! Nein, das ist das erste Level! Scheißer! Happy Wheels ist echt schwieriger als Short Life. Vor allem muss man ja bedenken, ich habe ja noch ein Kind dabei, auf das ich aufpassen muss. Oh nein, Timmy. Timmy ist alles gut, mach dir keine Sorgen, Timmy. Timmy. Timmy! Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Oh Gott. Ah! Oh Gott, ich muss rückwärts. Ha! Timmy! Timmy, so mein Gott, mein Arsch ist im Gesicht meines Kindes. Es tut mir so leid. Okay. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh, 106 Sekunden, du. Was machen die denn jetzt noch? Ihr habt doch überlebt. Was soll denn das? Wie oft bin ich jetzt gestorben? Viermal? Weiter geht's. Oh, es ist dunkel. Ich hole Timmy wieder von der Schule ab. Na, Timmy, wie war dein Schultag so? Timmy! Okay, Entschuldigung, ich bin viel zu laut, ne? Sorry. Lebt Timmy eigentlich noch? Der hängt da drin, als wäre er irgendwie tot. Ich bin tot. Timmy! Ach, Timmy! Timmy! Timmy fährt ohne mich. Runter geht's, Timmy. Ich bring dich nach Hause. Das Abendbrot ist schon fertig. Wir haben ein bisschen Maultäschle für dich gemacht. und Kartoffeln. Oh mein Gott, Timmy! Also, Timmy müsste eigentlich tot sein. Aber ich sag ja eh, dass der nicht mehr lebt. Okay, dann sag ich unserer Frau, dass du YouTuber geworden bist. Oh mein Gott. Okay, ähm, Timmy. Oh mein Gott. Warum ist Timmy weg? Warum passiert das? Oh mein Gott, Hilfe! Ich krieg dich gesund aus. Oh mein Gott. Okay, also ich weiß nicht, was der für ein Schädel hat, aber ich möchte jetzt hoch zu meinem Sohn. Ich möchte hoch zu meinem Sohn. Okay, komm, schieß. Schieß, Mann. Ja, ja. Oh Gott. Mann, es ist Level 2. Warum fetzt mein Kind weg? Ah, Timmy! Oh mein Gott. Ist ja nicht richtig angestallt. Okay, ich glaube, ich muss hier Gas geben. Tim ist weg. Tim ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe es überlebt. Was soll das hier jetzt? Wie komme ich denn hoch zu Timmy? Ich glaube, das muss so sein. Ich glaube, ich muss auch einmal diese Fallen hier auslösen. Aber wie mache ich das? Jetzt ist das Ding weggefahren, verdammte Schüssel. Oh Gott. Ah, nein, nein, lass dich fallen. Ja, ja, lass dich fallen. Oh! Mein Sohn hat einen Dachschaden, habe ich gehört. Oh, was passiert jetzt? Oh, Sche... Was passiert, wenn man wieder zu neugierig ist? Es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Oh mein Gott. Timmy ist schon wieder gone. Ey, das ist doch... Das ist das erste Level, Leute. Oh, hi, Bart. Damn it. Ja, der mit. Okay, komm. Es muss ohne Timmy gehen. Ciao, Timmy. Ich versuch's ohne dich. Ich versuch's ohne Timmy mit nur einem Arm. Wir müssen jetzt theoretisch hier hin. Ganz weit hier hin. Und jetzt müssen wir hier zurück. Ganz weit hier zurück. Und dann müssen wir hier hin. Ganz weit hier hin. Und wahrscheinlich nochmal hier hin. Easy. Okay, ganz schnell zurück. Oh, oh. Oh Gott. Ich schaff das nicht, Leute. Ich will einfach nur ins Ziel, Mann. Und auch noch rückwärts. Nein, bitte nicht. Ich will doch nur leben mit meinem Einarmigen. Oh mein Gott. Ich hab mir das Rückgrat gebrochen. Mann, der hält aber. Kann ich ins Ziel? Komm ich ins Ziel? Komm ich bitte... Mann, mein Kinn fällt die ganze Zeit weg. Warum war das vorhin? So, wir probieren das. Wir müssen das vorsichtig machen. Oh mein Gott. Timmy ist schon wieder gone. Kann ich Timmy auffangen? Oh, Timmy, Alter. Oh. Scheiße, nein. Das war die perfekte Runde gewesen. Easy, easy. Oh, 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 oh. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Nein, nein. Alles easy. Easy, easy, easy. Oh Gott, was passiert hier jetzt? Oh Gott. Bitte, ich will es doch einfach nur schaffen. Oh nein, bitte. Oh Gott. Oh Gott, bitte. Oh, i, hi. Oh, ah, ah. Komm, du Schwein, löst dich aus. Ah, ich wusste es, verdammt. Mann, ich hasse das Spiel. Es gibt definitiv keinen zweiten Teil. Da könnt ihr so viel liken, ihr wollt. Okay. Hier kann ich warten. Hier auch warten. Hier muss ich jetzt gleich drüber. Oh Gott. Oh Gott. Und hier ist jetzt halt die Frage, ne? Löst er sich aus oder nicht? Ah. Oh Gott. Oh. Oh. Das war jetzt wirklich geraten. Bitte lass mich einfach nur ins Ziel kommen, liebes Spiel. Lass mich einfach nur. Oh Gott, ja. Oh Gott. Ja. Timmy, heute ist ein neuer Tag. Schau mal, die Sonne geht auf. Oh mein Gott. Timmy, Timmy. Oh mein Gott. Er fährt noch. Wie kann er fahren? Könnt ihr auf, um meinen leblosen Körper in irgendeine Richtung zu schieben? Ich kann nicht mehr. Wie fährt der? Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber es wird immer schneller. Was muss ich denn tun? Oh mein Gott, ey. Oh Gott. Ich bewege mich gar nicht mehr, ne? Ich mache nichts. Das hat der für eine Kraft in den Haxen. Das ist ja fürchterlich. Okay, jetzt muss ich mich drehen. Oh, ich habe das überlebt. Oh mein Gott. Ich habe das überlebt. Okay, wir fahren. Ich weiß aber nicht, ob die Richtung richtig ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Aha. Okay, der war falsch. Scheiße, nein. Nein. Oh Mann. Oh mein Gott. Wie soll ich denn das verhindern? Kann ich ja gar nicht, oder? Kann ich mal bitte ins Ziel mit allen Gliedmaßen kommen und mit meinem Kind? Gut für die Oberschenkelmuskulatur. Oberschenkelmuskeln. Kann ich mich erheben? Oh Gott. Das ist so grausam. Oh Gott. Ja, Timmy, ciao. Ja, ich fahre immer so Fahrrad. Und dann hänge ich mich auf den Spieß. Timmy, du musst heute noch die Matheklausel schreiben. Und das Kind schon so hinten so halb komatisiert oder so wie jetzt, den Haut komplett weg. Oh, Timmy. Okay, ich gebe jetzt Vollgas. Jetzt wurscht. Fullgas, 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 Fullgas. Durchgehend. Ich gebe nur Gas. Bam, 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 Leute. So geht es. Ohne Timmy. Dann fahre ich halt selber und schreibe die Mathearbeit für mein Kind. Und dann fahre ich es mir wurscht und direkt weiter nach hinten. Zack, 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 zack. Wuhu, ich habe es geschafft, Mann. Ja, ich habe es geschafft. Jetzt muss ich rückwärts fahren. Was ist Ziel? Ja, ich bin ins Ziel gekommen. Ja. Ja. So, Timmy, heute ist ein schöner Tag. Ich habe gehört durchs Bauchschmerzen, aber das ist mir egal. Ich bringe dich jetzt in die Schule. Timmy, 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 can you see? Oh mein Gott, Timmy. Oh Gott, ich habe nicht den Boden gesehen. Timmy, sorry, du bleibst hier. Ich hole dich später ab. Oh Gott, ich habe mich mit meinem Fahrrad verfangen. Egal. Ich rieche gerne meinen Arsch, wenn ich fahre. Okay, nochmal. Oh, rieche ich heute gut, Mann. Ah, ich komme da nicht hoch. Oh Gott, okay, wir müssen auch wieder nur auf Boost gehen. Okay, Timmy, jetzt müssen wir richtig Gas geben. Wir wollen da hoch. Los, Timmy. Timmy, du bist zu schwer. Timmy, nein, scheiße, ich muss das auch noch drücken. Oh, wir haben es geschafft. So schlimm ist er gar nicht. Ah, Timmy, nein, nein. Oh Gott, Timmy, oh, Timmy, das ist nicht schlimm, Timmy. Ich kann noch fahren. Papi, du siehst so tot aus. Egal, ich kann noch fahren. Oh, oh. Ich habe mir nicht wehgetan, das ist in Ordnung. Was mit meinem Kind ist, ist mir egal. Soll doch für sich selber sorgen, die dumme Sau. Okay, und Vollgas. Ich will da drüber. Oh, mein Genick. Ja, ich habe es geschafft. Leute, ich werde besser. Ich komme rein. Ihr merkt, ich komme rein. So, mein Kind. Nach der Schule. Oh mein Gott. Mein Sohn. Oh mein Gott, tschüss. Ich konnte nicht mal mit ihm sprechen. Ich fahre ohne dich weiter. Egal, ich muss mich schon mal vorbereiten. Was auf mich vor... Oh Gott, das ist ein schweres Level. Timmy, die Arbeit schreibst du trotzdem nach, ne? Oh mein Gott. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Oh Gott, Timmy, das ist eine krasse Steigung. Oh Gott, Timmy, da war eine Bombe. Da war eine... Oh nein, Timmy. Kann ich dich wenigstens dann da reinschieben? Oh Gott. Nein. Nein. Komm her. Komm. 41 Tone, das ist doch ein Hohn. Okay, ich schaffe das jetzt. Die 50 schaffen wir never. Oh scheiße, Timmy. Ich glaube, das war es jetzt. Egal. Hauptsache, mir geht es gut. Konzentration, jetzt schaffe ich es. Easy, easy, lemon squeezy. Oh, 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 oh. Was war denn das? Okay, jetzt. Okay. Easy, easy, easy. Easy, easy. Oh, oh, nicht easy, nicht easy. Gar nicht easy. Nein, nicht easy. Oh, easy, easy. Okay, kann ich bitte easy, easy, lemon squeezy? Oh Gott, oh Gott. Oh, ist das unfair. Lass mich jetzt bitte ans Ziel kommen. Komm schon. Nein! Das ist easy, Timmy. Das schaffe ich mir. Okay, und dann runter. So, jetzt ist die Frage. Oh nein, das gibt es doch nicht. Was ist denn das? Okay, Timmy, wir werden sterben. Ist nicht schlimm, Timmy. Ich schaffe das auch. Oh Gott. Ciao, Timmy. Ey, ist doch nicht euer Ernst jetzt, oder? Oh lol, ey, ich werde sterben. Hey! Ich habe das abgewehrt, Mann. Ich bin ein richtiger Gang. Oh, der Pfeil in den Arsch. Bitte lass mich hochkommen, bitte. Ich will doch hoch. Nein! Nein, ich habe einen Pfeil im Rücken. Ja, ja. Oh Gott, nein, bitte. Lass mich doch einfach nur ins Ziel kommen. Das ist doch direkt da vorne. So schwer ist es doch nicht. Komm. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein Spiel. Ich schwitze richtig. Deswegen, Leute, überlegt euch nächstes Mal gut, ob ihr euren Eltern sagt, ich gehe nicht in die Schule. Ansonsten kann das mit euch auch passieren, wenn eure Eltern euch nämlich zwingen, in die Schule gehen zu müssen. Ich will keinen zweiten Teil machen. Es sei denn, es gefällt euch unfassbar krass. Dann haut die Daumen aber ordentlich nach oben. Ansonsten seht ihr mich mit diesem Spiel nie wieder. Wenn ich sage, danke fürs Zuschauen. Es wird schrecklich. Und jetzt raus!